Hier ist Radio Schachtelanien mit den neuesten Geschichten. Unsere hübsche Prinzessin Paranus tut sich für die morgige Krönung schon richten. Da muss ich noch sagen, alle Einwohner von Schachtelanien sind um 17.77 Uhr herzlich eingeladen. Ihr kriegt dazu ein neues Hemd in Weiß und ein leckeres Vanilleeis. Ist das alles nicht ein Hit? Und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Chihuahua Chihuahua Büschbosch, habt ihr das nicht gehört? Das haben sie aus dem Radio gebläht. Was ist los? Wer stört? Was sagst du, lass uns da mit deinem gebläht in Ruhe? Unsere hoher verehrte Prinzessin Paranus wird morgen zur Königin gegrünt. Habst du das wirklich nicht gehört? Dabei habst du das mindestens schon dreimal aus dem Radio gebläht. Nein. Mein Radio ist hin. Ich hab das auch verlegt und weiß nicht wohin. Dann holst du auch kein Radio mehr, sondern nur ein Radio durch. Schau her. Und den hab ich aufgett mit Salz und Vanillesauss. Das ist furchtbar. Was mach ich los? Sie wird unsere Königin. Das ist schön, das wird der Fest. Krönungsfest, Paranus. Einen Kuss für Prinzessin Paranus. Und alle kriegen ein neues Hemd, du wirst sehen, das uns niemand mehr kennt. Neues Hemd, Krönungsfest, Paranus. Einen Kuss für Prinzessin Paranus. Und ein Vanilleeis dürfen wir schlecken. Das wird mir besonders gut wohl schmecken. Vanilleeis, neues Hemd, Krönungsfest, Paranus. Einen Kuss für Prinzessin Paranus. Oh, wie Eis aus kein Krönungsfest, ein solcher Graus. Hört, die Prinzessin ruft die Prinzessin Paranus. Ich glaub, dass ihr ganz geschwind helfen muss. Prinzessin, Prinzessin, was ist los? Wo steckst du eigentlich bloß? Was ist passiert? Was ist geschehen? Ich werd dir schon helfen. Du wirst schon sehen. Ich, ich kann nicht, Königin Werner. Der Reisapfel ist verschwunden. Dabei war er noch da, vor ein paar Sekunden. Der schöne Reisapfel aus Marzipan. Von den IA so gerne schickt, nur so erklangst. Der schöne Reisapfel aus Marzipan. Und echtem Goldpapier. Wenn ihr den bloß seht, was gibt ihr denn euch dafür? Der schöne Reisapfel aus Marzipan. Und echtem Goldpapier. Und ein großer roten Schleifchen noch dazu. Den wirst man finden. Eher gebt man keine Ruhe. Und das Zepter ist auch nicht mehr da. Ich glaub, ich wird das Leben nicht mehr froh. Das große Zepter aus Milchschokoladen und Nüssen. Den werden wir unbedingt suchen müssen. Und das große Zepter aus Milchschokoladen und Nüssen und Pfeffern ins Kaugummi dabei. Also das ist wirklich eine Schweinerei. Und die Krone ist auch nicht mehr. Das ist ja das größte Traran. Die Krone aus Femmes Nougat. Auch noch dazu. Da werden wir jetzt ein bisschen dafür. Die Krone aus Femmes Nougat. Und zwölf Pralinen. Einfach weg. Ich sag dir, liebe Prinzessin, wir finden es versteckt. Die Krone aus Femmes Nougat. Und zwölf Pralinen. Und tausend Gummipärchen oben rein. Wo kann das alles wohl wirklich sein? Gestohlen, Prinzessin. Wenn ich sag, das ist gestohlen. Gar keine Frage. Aber von wem her leg ich dich? Von wem komm ich sag? Na vom Dieb natürlich. Gar keine Frage. Und wer ist der Dieb? Du weißt das nicht wahr? Na der, der das gestohlen hat. Ist doch klar. Wenn es aber... Wenn es aber kein Dieb war... Dann war es ein Reiber. Und zwar einer von euch war dabei. Wer es ist, das weiß ich bestimmt gleich. Ich weiß nicht. Was ist der für ein Blödsinn? Ich bin kein Reiber, niemals, nie. Der spinnt ja wirklich, aber wie. Ich stehle nicht, das ist verboten. Deswegen geh ich gar nicht zu, wie mit meinen Pfoten. Aber wer es wissen ist, der wird furchtbar bestraft. Das kennt sie ja... Das ist klar. Das ist klar. Und die krieg's aus, wer es war. Und wir kriegen mal kein Reis hin. Ach so ein schönes, wo uns niemand mehr kennt. Ohhhh. Der Dieb wird in der Luft zerrissen. Das könnt sie auch gleich schon wissen. Ohhhh. Die kriege schon den Zauber her. Der nutzt dann gar kein Lügen mehr. Zaubern. Ich hab Angst. Ich geh ins Haus. Weißt eh, was du mit kannst? Haha. So viel Angst. Die fühlt sich. Die bin ja wohl nicht da. Wir müssen mal sein. Und Hälsing kann ich auch. Warum seid denn plötzlich alle nicht mehr da? Und Hälsing kann auch noch. Oh, graus. Ich glaub, wir verschwinden alle in unser Haus. Alle die Köpfe raus aus eurem Haus. Habt ihr die Köpfe raus? Ja. Ja, sieht's denn anders aus. Ich will auch mitspielen. Mir schaut's aus. Ja, geh in den Ballast und steck den Kopf heraus. Alle die rechte Hand, das linkte Ohr. Habt ihr antwortet im Chor. Ja. Ja. Alle eine Runde mit dem Haus laufen. Lauft ihr? Ja. Stehen bleiben. Steht ihr? Ja. Herr Detektiv, das machen wir. Ja. Der die Bauch? Ja. Aber Prinzessin, Prinzessin Baranus, für diesen Blödsinn bekommst du keinen Kuss. Du, ist das wahr? Was war ich die ganze Zeit bloß für einer? Ja. Du hast gestohlen. Ist das wahr? Nein, nicht gestohlen, sondern aufgeregessen. Das ist was anderes. Bitte nicht vergessen. Ich mag keine Königin werden. Ich mag lieber Marzipan und Schokolade essen. Ich mag keine Königin werden. Das könnt ihr gleich vergessen. Da ist der Rest, den könnt ihr haben. Stopp der Feuerwehrmann. Schokolade vom Zepter. Die schmeckt fein. Drum, liebe Kinder, die das soll für euch nur sein. Vielleicht! Danke.